Jürgen Christian Hörl hat das gemacht. Und was war die Idee dahinter? Ich treffe mich jedes Jahr zum Ende bzw. zum Beginn mit meinem gesamten Team und offenbare Ihnen meine Vision für das kommende Jahr. Und in diesem Jahr sagte ich so, wir machen Asien, ich will klare Schnitte, ich will glattes Haar, ich will kantiges Make-up etc. Und nachdem aber glatt und kantig am Red Carpet ein bisschen langweilig ist, sind wir ein bisschen aufs Gas gestiegen und jetzt trage ich ein Plastikkimono. Und wir werden Sie ja heute noch auf der Bühne sehen. Was darf man dazu schon verraten? Was dürfen Sie schon verraten? Was ich verraten kann, ist, dass ich mich umziehen werde. Ich werde einen Song performen, den wir alle kennen, bei dem wir auch alle auf die Tische springen, wenn der im Club kommt. Aber wir haben ihn in ein neues Parfum getaucht und ich denke, das macht es sehr speziell. Und ich darf auch noch alleine performen und singe You're Unstoppable in einer Orchester-Version. Und das ist auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mein Antease für alles, was im kommenden Jahr, im jetzigen Jahr kommen wird. Denn ich habe vor, mit Orchester auf Tour zu gehen. Ich spiele am Sonntag im London Palladium mit dem BBC Orchestra. Und es ist alles sehr aufregend und ein toller Start in dieses Wochenende. Das klingt sehr spannend. Wir freuen uns ganz besonders auf heute Abend, auf den Auftritt. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Vielen Dank. und vielen Dank. Dank. ükarne-